Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Hörnchen spielt. Wir sind immer noch hier, immer noch C5, immer noch Griechenland und wir sind in der nächsten Runde. Bing! Ja, ich hab keine Ahnung, aber es kann natürlich sein, dass es ein bisschen ruckelt in der Aufnahme. Ich hab keinen Plan warum. Frap spackt so ein bisschen rum, so bei 20, 22 Frames die ganze Zeit noch. Und ich hab keine... Wow! Und ich hab keine Ahnung warum da gerade so ein Graubild schon war. Ja, ne, ähm... Ich hab grad schon alles überprüft, eigentlich läuft alles vollkommen in Ordnung, aber irgendwie... Na ja, ich hoffe, es funktioniert von der Aufnahme her. Und wenn es ein wenig ruckelt sollte, dann tut es mir leid. Hey, unser Einfluss ist gestiegen bei Lisabon, weil wir eine Quest erfüllt haben für Lisabon. Wow, okay, ich hab gerade gesagt, das ist ein bisschen groß. Ist echt ein bisschen groß, ne? Ich bin auch auf kleine Reiche, äh, Schweinerei. Ähm... Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Klasse gereicht. Ja, der da oben und... Ja, der da oben. So. Was wollte ich mit dir machen? Wie ihr seht, äh, wir haben gerade von Lisabon, ähm... Einfluss bekommen. Also sind jetzt befreundet. Und... Ja, sie wollen, dass wir ihnen Gold schenken. Das können wir eigentlich machen, weil wir haben genug. Damit wir verbündet sind. Ja, wir sind verbündet. Wir kriegen mehr Nahrung in der... Hauptstadt durch ihn. Und die Ressource Färbemittel. Das ist natürlich immer gut. Da... Können wir auch gleich mal nachgucken. Und zwar... Steht das da... Nicht? Oh, steht das da nicht. Beträgt 6. Bla bla. Stadtzufriedenheit, etc. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht dauert es... Vielleicht erst mal in der nächsten Runde. Ah. 1 bis 20 gestiegen. Ja, das ist halt, ähm... Verbündet. Plus 1 in der Hauptstadt und Nahrung. Kultur. Kultur ein... Wenn wir nicht in das kriegen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hm, hm, hm. 10% Fernkampfstärke. 50% mehr Gefahrung, äh... Gefahrung, Erfahrung. 15% Kampfstärke für Nahrung auf Einheiten, wenn sich in einem benachbarten Geländefeld eine weitere Militäreinheit befindet. Das ist nachher relativ wichtig für den gesamten Kriegverlauf. Allerdings... Werde ich wohl erst mal jetzt hier lang gehen. Legital... Öh... Legalism... Legalismus... Legalismus, hm, schon klar. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wie immer. Passiert durchaus mal. Äh... Barbarenlager entdeckt. Boah, ich hasse Barbarenlager. Gutes Spiel. Unbekanter Spieler, ja. Und Scout... Scoutet mal einen Meter weiter hinten. Die haben Orangen, die Schweine. Ja, dann gehen wir mit unseren Bogenschützenleiften runter. Immer schön Stunk machen. So, wir bewegen uns auch mit unserem Hopplied hier mal ein bisschen an der Karte entlang. Ja, und hier geht's doch weiter. Nur ein Stückchen wahrscheinlich. Ein Teil, also ein so... Platz-Ding. Leere uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ja, die Bibel, Simon 9012. Ähm, ermöglicht die Einrichtung, die Errichtung von Plantagen für viele Luxusgüter durch Bautrupps, was extrem nützlich für Wachstum und Zufriedenheit ist. Ja. Also wir haben jetzt, äh, Stonehill, Stonehill, freigeschaltet. Ähm, Stonehill, Stonehill, total nämlich. Wir brauchen noch sechs Runden für die Großbibliothek. Dann können wir die Kaserne mal ein bisschen aufbauen. Wir können Bibliothek selber, kriegen wir, glaube ich, einen zusätzlich. Naja, kostenlose Bibliothek in der Stadt. Ähm, ja, brauchen dann im Endeffekt eigentlich nicht wirklich viel. Wir bauen auf jeden Fall den Kortsprecher für Nahrung. Und bei Bananen, Weizen, Bananen kriegen wir irgendwann. Ähm, Weizen da hinten irgendwo. Äh, mal schauen. Hm. Ja, Marmor haben wir doch. Ähm. Können wir gleich bebauen. Haben wir, sehr gut. Er ist fertig mit der Mine, das heißt, wir haben mehr Produktion. Und da wir sowieso im Produktionsfokus sind. Immer noch? Ja, sind wir. Ähm. Könnten wir eigentlich auch bleiben, weil wir haben super viel Nahrung. Und so haben wir eine schnellere Produktion von Einheiten und Gebäuden. Dann gehen wir hier einfach mal nach. Oh, Pferde. Pferdchen. Ähm. Ja. Spähen hier noch ein bisschen rum. Ab hier auf dieses Sumpfding. Wir haben Florenz getroffen. Und wir sind nicht die ersten. Logischerweise. Weil Schweden hier direkt entnehmen ist. Ja. Sind mit ihm mal verbündet, sind kultiviert. Kultiviert? Zock. kultiviert gibt uns kultur geschenke wenn wir mit ihm verbindet sind sind wir aber nicht perfekt unbekannter spiel hat das teil der klassik erreicht sollten wir eigentlich auch bei der reichnen ja so wir bewegen uns richtung das passiert wenn der computer immer zur nächsten einheit springt die befehle braucht ist zwar relativ gut aber wenn man irgendwas nachgucken möchte während man zieht ist halt ziemlich drauf da unten sind so ganz am ende da bewegen wir uns auch hin und ihr beginnt den steilbruch zu bauen dann haben wir noch mehr produktion und können fast schon auf den nahrungsfokus wieder gehen oder auf den standard fokus damit er es ausgleicht so hier ist eigentlich nichts mehr gut dann ziehe ich meine kriege auch zurück und habe ich gerade okay ja wahrscheinlich für bahn bekämpft also ich glaube nicht dass schweden florenz bekämpft okay theodora die groß von bützins bützans bützans ich habe euer verhältnis mit lissabon beobachtet das mag zwar nett sein aber ich denke ihr sollt ihrem schutz uns überlassen ich möchte nur umgehen dass wir uns gegenseitig auf die füße treten mhm was zur helle ähh 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 naja okay ich würde sagen scheiße wird lieber bahn und ich bleibe mir hier in der stadt nicht dass miss konstantinopel frauen von bützans hier einmal ein bisschen ruf spackt die ist auch mal wieder nach hause schicken und hier unten ist anscheinend nichts mehr es muss also hinter florenz weitergehen dass wir einmal durch florenz durch das gebiet von florenz einmal durchlaufen dddd ja das stonehenge stonehenge könnten wir bauen gibt auf jeden fall eine menge an glauben dazu wir haben noch bisher kann das hat auch bisher noch keiner ein pantheon also die vorstufe einer religion gegründet und wir könnten sogar wenn wir stonehenge bauen die ersten sein und dann würde sich unsere Religion eventuell massiv verbreiten, wo das bei einer Stadt auch ein bisschen komisch ist. Ah, so ist also. Erst sich darüber beschweren, dass ich irgendwas mit einer Stadt habe, mit einer Stadt als Verbündete anfangen, wo sie irgendwelche Probleme mit hat und jetzt eine Freundschaftserklärung verschicken oder anfragen. Aber ja, natürlich, Friede, Freude, Eierkuchen ist immer gut in diesem Spiel. Und alle erreichen hier Zeit bei Klassik, was ist mit mir? Okay, in mehreren Runden noch, oh Gott. Ja, ich bin am Arsch aktuell. Aber das ist relativ egal. Ich radiere die Dingser und doch aus, weil wenn ich eine Freundschaftserklärung unterschrieben habe, dann muss ich auch nichts befürchten. Außer von diesen Barbaren da oben. Florenz steht unter dem Schutz von, oh Gott. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Bibliotheken sind wie Schreine, wo alle Religionen der Heiligen vergangene Tage sind. Wo alle Reliquien der Heiligen vergangene Tage voll der wahren Tugend ruhen und bewahrt werden. Und zwar ohne ihre Führung und Betrug. Sir Francis Bacon. Ja, wir haben die Großbibliothek errichtet. Gleichzeit und Tugend sind wie zwei Räder an einem Wagen. Und wir haben das Rad erforscht. Ja. Sechs Runden bis zur Mathematik kriegen wir hin. Und in der Zeit radieren wir einfach mal die Barbaren aus. Und ziehen dich zurück. Und du bewegst dich da hin. Und da ist noch ein Stadtstaat. Da ist auch noch ein Stadtstaat. Und wir dürfen eine freie Technologie wählen. Ja, habe ich fast vergessen. Wenn man die Großbibliothek baut, darf man sich eine, ja, nächste mögliche freie Technologie auswählen. Und ich würde mal sagen, wir gehen auf, ähm, naja, auf was gehen wir denn? Können auf die Hochschule gehen, aber, also auf die, auf Philosophie. Aber was ist das Weiteste, was entfernt ist? Das können wir nicht, weil da fehlen uns die beiden zu. Mathematik wird gerade erforscht. Ich würde sagen, wir nehmen Eisenverarbeitung. Das würde uns 13 Runden dauern ab hier. Äh, und sind auch Sachen, bei die ich auf jeden Fall gebraucht kann, also. Vor allem Eisen. Ja, wir nehmen Eisenverarbeitung. So. Worte mit dem Schlagen nicht, bis das Eisen heiß ist. Erhitze es durch zuschlagen. Ja, alles klar. Wir haben die Möglichkeit, Schwertkämpfer zu bauen. Wir haben die Möglichkeit, einen Helden-Epos auszubauen. Ähm, und der Koloss. Das können wir nicht bauen, glaube ich. Aber wir müssen dafür an eine Küste bau sein. Ich glaube, das sind wir nicht. Und wir zeigen uns Eisenhofer Karte an. Willkommen in der Klassik. Und wir sind im Zeitalter Klassik. Endlich. Und wir dürfen einen Pantheon gründen. Das erste. Uhaha. Ne, gar nicht wahr. Die haben auch schon eins. Ich bin doof. Aber erstmal Produktion wählen. Das ist natürlich die beste Reaktion. Und Fraps geht gerade bei mir massiv runter. Irgendwann, wenn ich mit dem Cursor oben links hingehe, dann ist es, weil ich die Fraps dann am besten wieder hochschlagen möchte. Na, geht doch. Was wählen wir denn? Wählen wir denn die Pyramiden und Stonehenge? Ja, warum eigentlich nicht? Aber was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall... Die Wassermühle gibt uns viel. Das ist sehr, sehr gut. Kostet dafür aber auch zwei Unterhalte. Wir haben aktuell nur plus ein. Aber es sind auch nur 16 Runden. Ha, 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 ha. Hm. Kultur plus eins oder plus fünf Glauben pro Runde. Ich nehme Stonehenge. Ist sowieso eine Quest von irgendeinem Stadtstaat. Ich glaube, Florenz. Und ja, gründen wir einen Pantheon. Auf geht's. Und zwar machen wir auch hier. Das sind die Boni plus Kultur plus Produktion etc. Die kriegt man halt beim Pantheon gründen. Und nachher gründet man halt eine Region. Und die haben das geändert. Das sah vor ein paar Monaten noch ein bisschen anders aus. Da hat man ein eigenes Fetzer gehabt. Und da konnte man das alles reinpacken. Wenn ich komplett irre. Ähm. Ja, was nehmen wir? Handelsweg werden wir nicht haben. Das heißt, wir können Wissenschaft als Götterbote hier schon mal ausschließen. Pro Wein und Räucherwerk haben wir beides nicht. Plus eine Zufriedenheit von Städten an Flüssen. Wir haben nur eine Stadt. Das heißt, es wäre verschwendet. 15% schnellere Grenzausdehnung. Das wäre doch awesome. Weil wir brauchen eh. Ne größeres. Gebiet soll immer größer werden. Und ich würde gerne das Gold haben. Ich würde die Bananen gerne haben. Eventuell die Pferde hier unten. Und die Kühe sowieso. Haben wir eigentlich Eisen hier bei uns? Ne, ne? Fällt mir gerade eben drauf. Sheet? Ah, es gibt kaum Eisen auf. Ich kann nicht rüber, weil da das Ding hier hängt. Ganz zurück. Sheet, es gibt kaum Eisen hier. Wo bin ich denn? Oder habe ich mir auch noch übersehen? Ne, Stein. Ein normaler Bergbau. Da oben ist Eisen. Konstantinopel hat Eisen. Super. Da ist Eisen. Oh Gott. Da ist Eisen. Da oben ist... Äh, das ist ja lächerlich. Ist das ja. Eisen ist quasi mit einer der wertvollsten Ressourcen. Auf jeden Fall wichtigsten am Anfang. Das ist natürlich doof. Das ist richtig, richtig doof. Oh Mann, ey. Das ist richtig doof. Dann nehmen wir die Grenzausdehnung hier erstmal beim Pantheon. Das ist gegründet. Und warten auf die nächste Runde. Kein Eisen. Das ist natürlich richtig, richtig mies. Vielleicht ist hier unten noch irgendwo was, was ich jetzt nicht sehe. Das werden wir gleich mal hinlaufen mit unserem Raid General. Können wir sowas laufen? Nein. Wir haben Rommel. Der große General. Alles klar. Fällt her, Herr Rommel. Ähm, ja. Sidon. Sidon ist uns... Ja, auch freundlich gesinnt. 15 Gold für uns. Das ist natürlich sehr gut. Ja. Bevor ich mich weiter darüber aufrege, dass es keine Eisen gibt, mache ich mal einen Cut. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Viel Spaß und auch. Tschüss.